willkommen liebe grill und barbige freunde heute machen wir für euch einen gegrillten kalbstafelspitz wenn ihr sehen wollt wie wir den gemacht haben dann hast du euch dranbleiben viel spaß dabei bei uns gibt es heute gegrillten kalbstafelspitz den habe ich schon mal vorbereitet von der sehne befreit und den werde ich zwei tage marinieren und es ist so eine rosmarin zitronen marinade da brauche ich wie ihr schon seht bisschen orangensaft brauche ich trotzdem honigpfeffer ich brauche olivenöl ein geräuchertes paprikapulver vier knoblauchzehen frischer thymian salz ahornsirup und die zitrone die hier noch fehlt die kommt gleich mit dazu ich würde sagen wir beginnen gleich indem wir die marinade zusammenstellen und da hole ich euch gleich wieder mit dazu also anfangen werden wir mit dem salz ihr seht ihr das ist knoblauch der rosmarin da machen wir ein bisschen salz dazu geschmack brauchen wir ja dann habe ich hier so einen honigpfeffer der bringt auch noch ein bisschen süße mit dazu dann habe ich hier noch geräuchertes paprikapulver machen wir auch so ein bisschen mehr wie so ein teelöffel voll dann geht schon mit den flüssigen komponenten weiter da habe ich das olivenöl da müsst ihr auch nicht sorg sparen ist ein ordentliches stück fleisch das genügt erstmal dann kommt noch ein bisschen ahornsirup mit dazu sorgt für die süße das genügt schon weil allzu viel schärfe habe ich noch drin dann gehen wir weiter mit orangensaft das genügt schon und last but not least kommt unsere ich habe jetzt keine zitrone genommen sondern ich nehme eine limette die könnt ihr dann gerade so rein drücken wer will kann euch auch die zitronenschale mit oder die limettenschale mit verwenden ich denke dass so eine limette als säure unterstützung vollkommen ausreichend ist perfekt jetzt rühren wir mal um dass alles salz sich auflösen kann dass man den knoblauch richtig verteilt bisschen süße fehlt noch jetzt müsst ihr halt dann abschmecken so bisher hin war es jetzt hole ich mein vakuumbeutel und wenn ich das fleisch vakuumiert habe dann hole ich euch natürlich wieder mit dazu das ganze kommt es für zwei tage im kühlschrank und dann sehen wir uns wieder zwei tage marinierzeit sind inzwischen vorbei und ja das war eine relativ lange zeit für uns jetzt schauen wir uns das gute stück mal an und dann schauen wir uns mal an wie man damit weiter verfahren ja freunde da ist unser kalbstafelspitz zwei tage in der marinade bin mal gespannt habe hier so eine kleine konzestform ablauf geht darüber den fond möchte ich aufheben da werde ich später gepinseln mit gemacht wird auf unser weber kugel auf der roti schon mal vorbereitet und das gießen wir das alles mal rein mein plan ist dass ich das ein bisschen binde habe hier meine mein bin faden da schneide ich einfach schon mal ein paar schnüre aber nachher ein gleichmäßiges ergebnis also drei vier schnüre wird man brauchen und dann denke ich reicht es auch schauen wir mal wie man das am schicksten machen ich habe gedacht wir klappen das einfach mal so ein bisschen um so dass wir hier ungefähr gleichmäßig sind es wird nie gleichmäßig werden weil das tafelspitze ein bisschen hinten nach hinten spitz ausläuft aber wir schauen uns das ganze mal an so das war es schneiden wir die zu langen schnüre einfach ab zack jetzt kommt schon unser spieß ins spiel da ist er ist relativ easy mittig durch spieß mal den auf kommt die andere nadel noch dazu und dann müsste das eigentlich funktionieren was sie noch machen werde nachher ich hole mein rup du dir noch ein bisschen ein ratten und dann geht es auch schon am grill weiter wir sehen uns dann am grill so hier ist unser weber kugel seit langem mal wieder im einsatz und ich habe schon mal alles drauf gemacht da ist unser tafelspitz da unten eine abtropf schale dass der ganze grill nicht komplett versaut wird rechts und links kohlenkörbe und so lassen wir uns einfach mal laufen deckel wieder drauf so bei 200 grad gute eineinhalb stunden und zwischendrin werde ich ihn mit dem sud immer wieder ein pinseln aber da sei natürlich dann wieder mit dabei so freunde halbe stunde ist vorbei 200 grad im grill und sieht herrlich aus oder ein bisschen drauf so da habe ich jetzt denn die marinade und habe noch kräuter butter mit dazu und da tun wir das ganze jetzt schön ein pinseln mit gibt alles geschmack und es trocknen nicht so aus das mache ich jetzt alle zehn minuten und dann denke ich bekommen wir ein richtig tolles ergebnis also wir sehen uns in ja denke mal eine halbe stunde und dann hole ich euch wieder mit dazu so freundin wir schauen mal rein genau eine stunde hat es gedauert schauen wir uns mal den kalbstafelspitz an und ich denke ja der ist fertig holen wir runter und dann wird es probiert und abschlussfahrt gibt es euch auch gleich so freunde das hat jetzt ein paar minuten geruht jetzt schneiden wir es mal an und weh denn es ist nichts gibt es nichts zu essen heute oh ja super saftig so das gibt es probiererle also weich es geht mit sicherheit durch wie durch butter ja das sieht gut aus das gibt es probiererle und das sehen wir uns jetzt gleich so freunde probiererle testen wir es mal mhm mhm aber auf jeden Fall ist es weich schmackt die finde ich super gut die zwei tage mariniert sein waren auch ok also schmeckt hervorragend so Fazit komm ich finde es mega gut sehr lecker ja sehr lecker jetzt kann man es machen 1 und 2 1 und 2 auf euch das ganze was genau stunden auf der roti bei 180 grad zwei tage mariniert seit schöne sache die es nicht geglaubt haben dass man kalbstafelspitz auch grillen kann jetzt habt ihr den beweis und butterzart ihr kennt es aus Achso olvid kann und dannetrillen oder in scheiben schneiden oder wie Ni mah funktioniert auch bei diesem fleisch und leute ich es jetzt weiter wenn euch das video gefällt und ihr noch kein abonnerent unseres kanalzeit könnt ihr das gerne nachholt bis zum nächsten Video ich bin raus ist這個是 Thomas tschकau tschס duf tsch productart Oh, es ist okay.